was geht ab freunde herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ihr habt es am titel gesehen freunde es geht weiter mit der roll und in diesem teil wird es ein bisschen spannender wir bringen die ersten bretter an das gestell dran ich zeige es euch mal das ist das was ich im letzten teil alles lackiert habe die sind aktuell jetzt immer von einer seite lackiert das heißt sie sind von beiden seiten ich zeige es euch grundiert also das heißt hier ist auch schon weiß aber nur eine seite mit dem fertigen lackfinish hat einfach zeitliche gründe sonst hätte ich das heute samstag nicht hinbekommen die festzuschrauben ist aber nicht schlimm die außenseiten müssen wir auch gar nicht lackieren weil dann nachher sowieso ein anderes finish dran kommt die grundierung sollte als holzschutz definitiv ausreichen sei es drum das sind noch nicht alle bretter wie gesagt da fehlt noch ein bisschen was das muss ich aber ausmessen wenn das alles dran ist was mir da so fehlt ich hoffe auch dass die bretter überhaupt passen denn wie gesagt ich habe ja nur anhand der des 3d modells berechnet rausgesucht deswegen ich habe auch nicht mehr im kopf wo welche schnittkante ist das müssen wir uns nachher alles ja raussuchen erproben sag ich mal aber es wird schon funktionieren freunde drückt mir einfach die daumen dass das halbwegs passt hier ist das gestell ich habe das provisorisch einmal jetzt mit zwei schrauben festgemacht einfach damit man damit ich mir das besser vorstellen kann wo welche platte sitzt und damit das ganze auch gerade drauf kommt die holzplatten selber schraube ich oder habe ich geplant mit ich zeige es euch habe ich mir hier so ganzen beutel selbst schneidende blechschrauben geholt die vorne so eine ja so eine spitze dran haben so eine schneidspitze dran haben und so eine unterlegscheibe ich erhoffe mir dadurch dass die dass die kraft auf eine etwas größere fläche wirkt und das ganze damit einfach noch ein bisschen stabiler und massiver wird die haben nun ja acht millimeter antrieb hinten also für eine normale sechskantnuss ich weiß nicht ob das nachher passt deswegen werden wir alle löcher wo so eine schraube reinkommen einmal kurz hier mit dem kleinen forstenerbohrer ansenken oder ein stück einsenken damit einfach nachher nichts übersteht weil ich weiß ganz genau freunde wenn ich jetzt einfach da rein bügel dann und ich wuppe nachher diese viereinhalb tonnen saufer in den passat rein dann wird es irgendwo nicht weitergehen weil irgendwo dann so ein schraubkopf übersteht deswegen muss ich mir hier mache ich mir hier gleich eine markierung dran und dann senken wir alle löcher auf eine gewisse tiefe vor dass da einfach eben nichts absteht wir haben jemals 22 mdf das ist auch definitiv tief genug also das sollte halten damit das ganze ja luftdicht ist und gedämmt ist beziehungsweise nicht klappern kann ich habe ein bisschen sorge dass das holz auf dem metallgestell klappern könnte habe ich mir ja bitumen band bestellt in so flacher version ich zeige euch das mal kurz da man sieht das ist wirklich so ganz ganz flach und auch relativ dünn das ziehe ich vorher einmal hier komplett über den ganzen rahmen drüber und dann erst das holz drauf dazu zu sagen das habe ich vorher nicht berechnet denn die idee oder die sorge da dass da was nicht gut sein könnte die ist mir erst beim bauen gekommen heißt wahrscheinlich wird nachher das holz nicht hundertprozentig passen das heißt die kanten werden außen ein bisschen abstehen weil ich die berechnet hatte auf 22 mm holzstärke jetzt aber noch mal die dicke von dem bitumen band dazu kommt ist aber nicht schlimm geht die welt nicht von unter ich hoffe auch dass das reicht ich glaube das sind 20 meter 10 meter 30 meter ich weiß es nicht es wird eh nicht reichen deswegen fangen wir damit aber auf jeden fall erst mal an das zeug mache ich jetzt zwischen holz und metall und nachher auch zwischen metall und metall einfach damit da nix klappern kann so froh so kommt das bitumen band hier drauf immer schön dass ich das hier ich ziehe es noch ein bisschen dass ich das schön überlappt und jetzt kann auch schon die erste holzplatte drauf und wir können die löcher an senken damit ich die löcher jetzt nicht zu tief senke markiere ich mir hier ungefähr die höhe von den von den schraubköpfen ja das muss so sieht das ganze jetzt aus und jetzt kann ich überall die schrauben rein hauen so freunde das erste brett ist dran ganz ehrlich hat besser geklappt als ich gedacht hätte das hebt wirklich scheiße massiv ihr seht ich habe jetzt auch ordentlich viele schrauben reingewürgt denn ich hoffe ich komme mit denen ja die werden eh nicht reichen aber dann gehe ich noch mal welche holen ich mache jetzt aber erst mal weiter mit den ganzen anderen brettern immer nach dem gleichen schema und dann ja mal gucken wie weit wir kommen das sind die restlichen schrauben ich habe eine ganze 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 ecke zu wenig gekauft deswegen werde ich heute definitiv nicht fertig da muss ich noch neue besorgen ich versuche jetzt aber beziehungsweise ich mache jetzt die platte zum beispiel nur noch mit irgendwie vier oder fünf schrauben fest also erst mal provisorisch damit ich alle anderen platten noch dran bekomme denn ich habe da hinten noch vier stück liegen einfach aus dem grund erstmal damit ich gucken kann damit es überhaupt passt weil ich habe schon gesehen ein paar sachen muss ich nachschneiden darf ich dann die die kanten falsch berechnet da zum beispiel stets minimal da steht zum beispiel eine plattenstärke ab da habe ich aber geplant dass die hintere platte da plan vorkommt aber das ist pille palle damit aber nicht nur irgendwie eine katastrophe passiert will ich die heute alle dran haben zumindest erst mal provisorisch und ganz klar damit ich gucken kann was noch alles fehlt was ich noch an holz brauche und dann material und dann hast du nicht gesehen deswegen schraube ich es erstmal provisorisch zusammen und final wird es dann zusammengeschraubt wenn ich neue schrauben habe tja freunde alle alle reicht nicht im ansatz ich würde sagen wir fahren mal eben neue schrauben und So Freunde, weiter geht's. So Freunde, weiter geht's. So Freunde, die wichtigsten Schrauben sind drin, die ganzen Bretter sind dran, zumindest erstmal die äußersten, hier das, die Seitendinger fehlen noch, unten fehlt noch und ja, hinten und die Schallwand eh. Aber das kommt alles später, wahrscheinlich mache ich auch die Zwischenstücke hier erst dran, wenn das Ganze im Auto drin ist, das weiß ich aber noch nicht. Auf jeden Fall alle wichtigen Schrauben sind jetzt drin, ihr seht, es ist eine ganze, ganze Menge an Schrauben. Meine Schulter wird sich morgen bedanken, das war echt nicht easy, aber bevor die Scheiße nachher klappert, Freunde, machen wir uns natürlich die Mühe. Jetzt werde ich auch noch, nur zur Sicherheit und zur zusätzlichen, ja, Stabilisierung, habe ich mir noch, guck, normale Spaxis geholt und ich sehe gerade, die sind, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Nee, geht. Dann werde ich hier die, äh, wo die Platten sich überlappen, äh, werde ich hier nochmal überall welche durchhauen. Dafür muss ich das Ganze aber erstmal vorbohren, denn, ja, MDR, sonst würde die ganze Scheiße einfach nur splittern. Ich denke mir, es gibt aber nochmal ein bisschen, ja, zusätzliche Stabilität, dass nicht nur das, ähm, Holz am Metall dran ist, sondern auch noch das Holz in sich fest verschraubt ist. Also es ist todesmassiv. Ganz ehrlich, Freunde, das Ding ist schwer massiv. Wenn da jetzt noch zwei, drei Schichten Schallwand, wenn da jetzt noch zwei, drei Schichten Schallwand, so, Freunde, das Ganze nimmt langsam Form an, ihr seht's, Schrauben sind soweit alle drin, ähm, ja, ich zeig's euch mal im Detail, ihr seht überall auch die, äh, hier, die habe ich alle ein bisschen versenkt, so dass nirgends wo was absteht, ja, ihr seht's, Freunde, wie viele Löcher da drin sind, wie viele Schrauben da drin sind, also, ja, das hält definitiv. Und somit war's dann auch erstmal mit dem Teil. Was jetzt noch fehlt, ist vorne die Schallwand, die kommt ganz zum Schluss, sag ich gleich noch was zu, die Rückwand fehlt noch und die, ich zeig's euch, die hier, äh, ja, die Bretter, die hier am Rand zumachen und unten zumachen, die mache ich aber höchstwahrscheinlich erst dran, wenn das Ganze im Auto ist, äh, hat einfach den Grund, die, äh, ich hab da keine Führungshülsen oder so drin, das heißt, die beiden Teile sind immer minimal anders voreinander, nie hundertprozentig genau, kriegst du nicht hin, keine Chance. Wenn ich mir jetzt aber Holz da ranbaue, was die Position zu 100% vorgibt, hab ich nachher keine Chance, das im Auto wieder irgendwie voreinander zu kriegen, so dass das passt. Deswegen ist mein Plan, das ins Auto reinzumachen, zusammenzuschrauben und dann das Teil vorzuziehen und dann die, äh, ja, restlichen Bretter anzufertigen, äh, und zu verspaxen. Die Schallwand und Rückwand kommen ganz zum Schluss, da bin ich mir allerdings noch nicht sicher, denn die möchte ich gerne anders befestigen. Nicht mit diesen Schräubkes hier, sondern entweder mit, äh, auch M8er oder M10er Schlossschrauben oder am liebsten mit Stehbolzen, äh, also mit Gewindestangen, die fix, äh, an dem Käfig dran sind. Einfach aus dem Grund, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ist nur so ein bisschen Ideen gedingst, ähm, dass ich die Schallwand komplett fertig baue, also wirklich komplett fertig bauen kann, sogar mit Zapphofer rein, mit allem drum und dran, schon alles verkabelt, das dann ins Auto schiebe, weil das müsste funktionieren, das müsste ich durch die Tür kriegen, äh, und dann das Ganze bloß nur noch auf die Gewindestangen setzen muss, dran schieben muss und dann irgendwie mit, keine Ahnung, 20, 30 Muttern festspaxen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu malet, meint ihr, das funktioniert, meint ihr, das kann man so machen oder soll ich das doch alles vorher zusammenbauen, weil ich glaube, das ist ganz geil, gerade wenn man mal ein bisschen was umbauen möchte, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, nur die Schallwand auszubauen, ich glaube, das ist, das ist ganz geil. Das gleiche Prinzip würde ich dann auch mit der Rückseite, die fehlt aktuell auch noch, ähm, machen, aber das ist ja wirklich, die kommt vor, zack, fertig, weil falls man da mal dran muss, falls man mal irgendwas ändern möchte oder so, die Schrauben hier einfach, wo habe ich sie jetzt hin gebrauchen, da sind die einfach nicht so optimal, denn die drehst du zwei, dreimal raus und dann hält das nicht mehr, äh, deswegen, da bin ich manchmal noch unschlüssig, das muss ich mal gucken. Sei es drum, mit diesem Video soll es das erstmal gewesen sein, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr seid immer noch genauso gehypt wie ich, wenn das irgendwann mal läuft, Alter, das wird einfach nur geisteskrank und es wird von Stück zu, von Step zu Step, den wir machen, wird es einfach nur krasser, wenn ich mir das so angucke, Freunde, ganz ehrlich, wenn ich mir das so angucke, wenn ich mir jetzt überlege, dass das Ding da rein soll, ja, wird auf jeden Fall geil, also ganz ehrlich, Freunde, das kann nur geisteskrank werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würdet ihr mich mit supporten, würde mich auf jeden Fall freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, kostet nichts, Freunde, einmal draufdrücken, die Glocke abonnieren, damit ihr, nein, die Glocke aktivieren, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst und Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder, macht's gut, haut rein! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!